So, 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 hallo, willkommen zurück zu Let's Play Digimon Stories Cyber Sleuth. Ja, beim letzten Mal haben wir mit Arata wieder mal eine Digital Shift entdeckt und haben auch gleich den Eater, der sich diesmal in eine Menschenform verwandelt hat, besiegt. Und ja, Leute, ich war auf Screen ein bisschen tätig. Schaut mal auf unser Team. Unser Team ist um die 40. Und ja, ich wollte mir eigentlich ein neues Team machen, aber ich habe mir überlegt, ich habe auf Screen das Kolosseum nochmal gemacht und ich habe es geschafft, Leute. Diesmal eigentlich relativ easy, muss ich sagen. Gegen Ende war es ein bisschen knapp, aber ich habe es geschafft. Es gab eine Menge, Menge, Menge Erfahrung und eine Menge Geld und übrigens ein Flamethramon Metal. Und wir haben einen Brave Point C, also die Erfahrung für Digimon, bekommen. Und ich hätte jetzt mir ein neues Team machen können, aber ganz ehrlich, ich wollte einfach das erste Mal. Achso. Ich kann keine Kolosseum, warum kann ich jetzt keine Kolosseum machen? Wieso kann ich jetzt keine... Maschine ist da für Maintenance, go take a catnip and come back later. Was heißt das? Nein, ich wollte jetzt... Nein, ich wollte jetzt eigentlich sagen... Ich zeige jetzt hier noch ein bisschen... Äh... Noch ein bisschen... Das erste Mal kolosseum wollte ich onscreen machen. Scheiße, warum geht das jetzt nicht weiter? Sheet. Ja gut. Ja gut, ne? Jetzt ist mein ganzer Plan im Arsch. Das ist ja toll, egal. Dann machen wir halt weiter. Connect Charm. Yay. Scheiße. Das habe ich mir jetzt schön gedacht. Von wegen. Äh... Mijiro... Gaolun. Wir machen weiter. Wie soll der immer noch Nokia treffen? Achso, eigentlich eine Gemeinheit jetzt, ne? Warum kann ich denn jetzt kein toller Sehro machen? Blöd jetzt. Egal, dann machen wir halt erst mal weiter hier. Hallo Nokia. Na? Na? Äh, sorry. Äh, nehmen wir mal das. Äh, na... Äh, so... Äh, so... Äh, so... Äh, so... Ne, äh, no, kiya... Nanpaって na ni? Äh, 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 ehto... Nanpaっていうのは, né? Äh, 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 nampiっていうのは, äh, 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 äh WDR mediagroup. Woh? Diese Kuhlone... Ich werde wieder mit den Hackern zusammenfassen. Ich bin nicht nur mir, ich... Woh? Woh, 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 woh! Was? 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 Woh? 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 Woh! 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 Aber die hat tatsächlich einen Hacker. Und ich habe dann auch nie mit der Sack municipalities. Und ich bin nicht so schlimm. Ich bin nicht so schlimm. Das ist etwas zu sein. Was geht mit ihr? ok ok wir sollen jetzt also hacker rekrutiert in dem die mit lager und in den sexen lager ok na dann los kann ja nicht schief gehen oder so warte 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 wie hoch scotty wo geht mir denn zuerst hin wer geht das sexen davon sehe ich doch schon den tut nein du wirst nicht bezahlt ok das war jetzt alles das war ja das war ja der wahnsinn ok die band hier gibt es gleich drei mit denen wir sprechen können ok erst wenn sein kollege dabei ist ich will jetzt testen wie stark wir sind na gut macht das mal ist sowieso keine chance sie hier kill what the fuck das war jetzt noch das kaputt hier ja doch mal ein exkurs reich hinterher what the hell zu nice that was level 40 angewoben so den ersten haben wir rekrutiert und er ist auch dabei nice da war was zu klitzern da war was klitzert ist ok 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 das klappt bestimmt so so Ich glaube, ich selber nicht. Was ist das? Der Typ ist so random. Yo, das war jetzt, was der Fall ist. Warum sind wir immer so spät dran? Ich habe eine Antwort auszudrückt. Ich habe das nicht vorhanden. Ich bin Klein, dass ich einen entsprechenden Ansatz für Kami-Shiru schreibe. Ich bin auch bereit. Ich werde die Erleitung des Kami-Shiru schieben. Ich werde jetzt den Kami-Shiru schieben. Jedenfalls muss ich den Kami-Shiru schieben. Und Arata will sich ins Kamishiro-Gebäude einschleichen. Und wir müssen wieder Cases machen. Das ist ja toll. Ein new case. Problems at Digipedia. Place Kakafe. Have you heard of Digipedia? It's an online digital site that I run. But something is happening. Die Seite gibt es übrigens tatsächlich. Die ist ziemlich cool. Da war ich schon öfter mal drauf. Okay. Schwupp. Und ich werde natürlich gleich wieder reingebeamt. Okay. Sie ist der Admin der Digipedia. Und ich soll noch leise sprechen. Seit neuestem gibt es jemanden, der komische Artikel schreibt auf Digipedia. Kann sein Dialekt. Was auch immer das ist. Sie hat versucht, die Artikel umzuschreiben, aber da ist ne Blockierung drauf. Und nicht mal sie, die Admin... Die Administratorin kann es entfernen. Aha. Und wir sollen es doch finden. Leave it to me. Okay. Wir sollen sie quasi einloggen. Also irgendjemand schreibt... Irgendein Digi-Mode steckt doch wieder dahinter. Ist doch klar. Gott, das kann doch kein Mensch lesen. Okay. Okay. Da, Fug. Okay. Okay. War ja klar, dass wir uns wieder rein... Rein-Connect-jumpen müssen. Na ja. Easy going. So, welche Sticky-Mon... Tendomon? What? Like, really? Tendomon? Wieso ein Tendomon? Äh. Paralyse-Barrier? Das Digi-Lab. Das brauche ich ja gerade momentan. Oh Gott, wie zu viele. Teleporter schon wieder. Wood-Mons. Mach mal Auto-Battle. Boom. Und ciao. So bin ich jetzt. Einer Kiste. Das kann schon mal so falsch nicht sein. Landguard. Ich würde mir natürlich alles bei... Tendomon helfen, aber... Tschau. So. Ach, da ist wieder das... Ja, und da ist meine Batterie. Ach, ist das schön. Ist das schön. Der hält auch nicht mehr allzu lange. Der Controller, das ist echt schlimm. So. Müssen wir mal wieder testen, wie das funktioniert hier. Ich muss mal wieder ein bisschen laden lassen. Kennt ihr ja. Dann mal wieder rauszerren, anmachen und wieder reiten. So. Funktioniert es jetzt hier? Kann ich wieder spielen, das ist toll. Äh, jo. Was machen wir denn? Machst du einfach mal Guard. Machst du einfach das Wave. Zack, zack, zack. Ins Gesicht. Nice. Rappermann-Metal. Woodward ist komplett. Örp-pöp-dörp-dörp. Okay. Äh. Jetzt mal hier. Hierin. Okay, da komme ich zu der Tür. Oder zu der Wand. Und, wie soll ich gesagt? Und hinter der Wand ist eine... Ding ist. Level 4. Äh. Woll, Crack. Pöbel. Habe ich sogar alles. Nice. Schauen wir doch mal, was da dahinter ist. Electric Guard Dix. Was ist das? Ne, wo ist es denn? Electric Guard Dix. Aha. 20%. Ja, gut. Warum kriege ich hier so viele Electric Guards und Zeug? Das macht mir Angst, irgendwie. So, ich speichere mal von dem... Boss, in Anführungszeichen. Es ist nur ein Tento-Mod, aber, ne? Äh, Escape. Komm. Zweig, ich mach mal los. Ich will mich nicht. Da zu battlen. So, haben wir denn hier noch irgendwas? Was? Nein. Du kannst wieder abwehren. Du magst wieder die Douglas Wave. Die wird ja wohl wiederklären, nicht wahr? Nee, Delmon, ja. Woll. Nice. Allee, Delmon ist echt gut. Aha. Aha. Bin ich hier jetzt schon wieder. Viel zu viele Teleporter. Äh. Wollte sich noch eine Kiste. Ich möchte da ran. Da ist auch noch eine Kiste. Meine Güte. Stunbarrier. Schwupp. Äh, bin ich jetzt? Boah. So verstrickt hier alles. Ductus Wave. Ciao. Haha. Sehr gut. Lebo. Bähnlich gut. Also Flame Dragon hat echt gut aufgeholt. Ne? Muss ich ja mal anmerken. Schaut euch das mal an. Level 37. Sehr gut. Sehr gut. So, wie jetzt. Oh mein Gott. Das ist alles verstrickt hier. Sieht sich doch keine Sau aus. Aber jetzt kommen wir glaube ich zu der Kiste da oben, ne? Wo wir gesehen hatten. Jawohl. Sleepberry heißt ja was bekommen, wenn wir denn hier alles. Und das war falsch. Das war vollkommen falsch. Gut, da muss ein Idiotis Mon mal angreifen. Und das reicht natürlich nicht. Schade. Zack. Boom. Und angewohnt. Auch Level 41. Schön. So langsam könnten wir aber mal zu dem Tentomon ankommen. Wie wär's denn? Okay, gibt's zweimal nach unten. Und da ist noch eine Kiste. Und davon ist das Tentomon. Jawohl. Noise Guard. Ja, was gibt's denn hier alles? Wow. So, ich speichere auch mal. Wie gesagt, weil ich hab Angst. Wenn wir hier so viel Zeug bekommen, hab ich Angst. Saving. So, hallo Tentomon. Na? Oh, dieser Dialekt. It's hard to understand. Oh God, da kann doch keinem Menschen nie zudern. Fucking Tentomon. Das ist eigentlich dein Ernst jetzt. Fucking Tentomon. Ey. Stopp, stopp. What? Äh. Okay. Äh. Hey, bist du Administrator? Du bist eine Frau? Au. Nicht? Oh Gott, dieser Dialekt. I'm gonna start my own block. Ja, ja. Hey, that's what I call the case. Nice. Oh God. Kann ich, kann ich, kann ich. Warum, warum, warum darf ich nicht in Colosseum battle? Ahh. Bin ich jetzt gemein. Warum kein Colosseum gab für mich? Wolle doch tradieren. Wolle doch tradieren. Oho. Was, was, was? Sketchy posters in the floor of Broadway. Äh. Okay. Äh. Geh mal den. Den case up. Electric symbol. So, wir haben keinen Case. Second floor of Broadway. Okay. Na dann. Oh, warte, ist der Broadway jetzt nochmal? Oder ist das Nakano Broadway? Heißt der so? Ach, der heißt so. Okay, ich hab nichts gesagt. So. Und jetzt soll hier irgendwo ein weird Poster sein. Gehe ich auf dem second floor? Auf dem dritten floor? What? Dragon Hunt. Aha. Ah. Okay. 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 wir haben einen neuen case was also random das ist so ziemlich wende das ist das gleiche wie hier egal egal im in case oh wow so hello case in a case living doll dead person difficulty try okay have you heard of the super ultra true puppets we play our trade there so in jetzt wieder mit okkult klappt Ok, es werden Puppen verkauft, die aussehen wie die beiden Das sah man da oben ganz anders aus, oder? Ok, also die Puppen sehen genauso aus wie sie Sie werden billig verkauft Natürlich werden sie von Otakus gekauft Ich sehe schon auf was das hindeutet Kannst mich schon denken Ja, was will diese Kerle mit diesen Puppen machen? Man weiß es nicht Perfekt-Girl-Project, what? Die Puppen machen, die Kuss zu machen Die Kussombeck-Geräusche Das war's, was wir heute noch nicht Wir haben auch die Kussombeck-Geräusche Wir haben auch die Kussombeck-Geräusche Wir haben den Kussombeck-Geräusche Da-da-da-da-da-da-ba Joko, was? Last full dream chicks? What the fuck? Ich will es gar nicht wissen. Das ist nicht besser. Last full dream chicks. Die Maschine ist jetzt gleich mal hier vor dir weg. What? 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 Also es gibt anscheinend eine Maschine, die 3D-Figuren von den Körpern von Personen herstellt. What the fuck? Was ist das schon wieder für eine Quest? Okay. Akihabara sollen wir also? Whatever. Oh. Soll ich hier mal wieder was Neues nehmen? Gut, wir sind nicht in einem neuen Kapitel, ne? Was soll es denn auch Neues geben? Ach. So, Akihabara, is it? Na dann. Und hier soll ich rumfragen. Hi. Living Doll Club. In der Spielhalle, da unten soll ein Living Doll Club sein. Okay. Hi. Hi. Okay, dann will ich uns diese Puppen verkaufen. Ich bin. Oh, schuld! Credit, this one's an ugly one. Oh, schuld! Alter! Oh, wow! Oh, schuld! Wie geht's uns gesundheitlich? Ja. Ah, that's perfect gold project. Natürlich. There's no other way. Weiß ich soll mein Was Ich soll unseren Raub nicht mehr verlassen Für den Rest unseres Lebens Was What What Whatever Leute Dieses Spiel Ist so random Aber naja Leute ich würde sagen Bevor wir noch mehr was Triggern Ich habe schon gesehen Hier geht es weiter Und ja Wir sagen Beim nächsten Mal wieder Also dann Bis dann Ciao Leute Bis dann Bis dann Bis dann